Individuelle Bildausschnitte erstellen oder deinen Bildern eine ganz andere Perspektive verleihen, das funktioniert super schnell und einfach jetzt mit diesen genialen neuen kostenlosen Bildbearbeitungs-Apps direkt in Canva. Mit der neuen Canva-App JoppyCop kannst du in sekundenschnelle Bilder ausschneiden und die neue Canva-App Transform Image lässt deine Bilder aus neuen Perspektiven glänzen. Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie das funktioniert, also lass uns direkt loslegen. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Elisabeth, Canva-Verified-Expert und ich helfe dir dabei, deinen Content in geniale Designs zu verwandeln. Also logg dich schon mal in deinen Canva-Account ein und wir starten gemeinsam los. Mit der ersten App, die ich dir zeigen möchte, kannst du zum Beispiel solche Bildausschnitte erstellen. Du brauchst dafür einfach nur ein Foto und kannst dann wirklich ganz individuell daraus einen Ausschnitt als Bild generieren. Die App, die wir verwenden wollen dafür, nennt sich JoppyCrop und die findest du natürlich auch wieder in der linken Menüleiste unter dem Bereich Apps. Gibst du einfach nur JoppyCrop ein, siehst das Ganze hier auch schon in der Auswahl und das ist die App, die wir verwenden wollen. Du musst dich bei dieser App auch nirgendwo anmelden, einloggen, separat, sondern das Ganze findest du direkt in Canva. Was wir natürlich brauchen, ist ein Foto. Also hier wird schon ausgewiesen, wir sollen ein Foto auswählen, damit die App natürlich auch funktionieren kann. Ich habe mir jetzt hier eine Seite 2 aufgerufen und bediene mich jetzt der Einfachheit halber an einem Bild aus der Canva-Foto-Library. Ja, das füge ich hier in mein Design ein. Jetzt ist das Foto hier drin. Ich klicke es einmal mit meiner linken Maustaste an, dann ist das Foto ausgewählt und ich wechsle wieder zurück hier in die App JoppyFrame. Und dann siehst du auch, wurde automatisch dieses Bild erkannt und ich habe jetzt die Möglichkeit, eben einen komplett individuellen Bildausschnitt zu generieren. Und zwar kann ich jetzt mit meiner linken Maustaste erstmal einen Punkt setzen und habe dann die Möglichkeit, weitere Punkte zu setzen. Also immer an speziellen Punkten hier mit der linken Maustaste hinklicken und dann siehst du, wird eben ein solcher Ausschnitt generiert. Also diese gestrichelten Linien, die werden dann im Nachgang wirklich dein Ausschnitt sein, wo hier dein Foto wirklich ausgeschnitten wird. Ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf, ja. Also probiere dich da ein bisschen aus, setze im besten Fall da auch mehrere Punkte und ganz, ganz wichtig zum Schluss, du musst das Ganze zu einem kompletten geschlossenen Kreis verbinden. Also klicke ganz zum Schluss wieder auf deinen Anfangspunkt und dann siehst du auch in der Vorschau, hier sehen wir, wie das Ganze dann ausgeschnitten aussieht. Bist du damit zufrieden, gehst du einfach auf Add to Design. Bist du damit noch nicht zufrieden, gehst du hier auf Reset und startest das Ganze nochmal von vorne. Ich gehe jetzt hier auf Add to Design und dann siehst du, was passiert. In meinem Design wird automatisch dieses ausgeschnittene Foto rein platziert. Ich habe einerseits das Originalfoto, das schmeiße ich mir mal raus, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr und ich habe hier wirklich den generierten Ausschnitt. Und das Schöne bei der App ist, automatisch unter den Uploads landet auch immer wirklich dein ausgeschnittenes Bild. Also das Design, das du gerade erstellt hast. Damit kannst du natürlich auch diese Ausschnitte zum Beispiel in Ordnern bei dir abspeichern und immer wieder in Canva verwenden. Ganz wichtig, wie gezeigt, das Ganze landet automatisch im Upload-Ordner. Der ist total unstrukturiert und irgendwann findest du da nichts wieder. Wenn du diese Bilder wirklich in einen Ordner sortieren möchtest, um sie immer wieder zu verwenden, dann geh jetzt hier auf die drei Punkte und dann kannst du das Ganze wirklich in einen Ordner verschieben. Geniale Bildbearbeitungs-App Nummer zwei, die ich dir zeigen möchte, nennt sich Transform Image. Und zwar, du kannst damit solche regulären Bilder oder Screenshots in ein komplett anderes Design, in eine andere Perspektive verwandeln. Und das funktioniert mit dieser App super simpel und einfach. Und du siehst jetzt zum Beispiel hier als Beispiel, ich habe hier einen solchen Screenshot mit Hilfe von der App verwandelt, die Perspektive geändert und als Hintergrund zum Beispiel für einen meiner letzten YouTube-Thumbnails verwendet. Du findest natürlich diese App auch wieder unter dem Bereich Apps. Du siehst hier schon, ich habe Transform Image in der Suchleiste eingegeben und hier wird auch sofort diese App ausgewiesen. Einmal draufklicken und du siehst jetzt hier schon den Unterschied bei Transform Image. Ich habe jetzt hier zwar in meiner Datei bzw. in meinem Design das Bild einmal angeklickt, das wird aber hier nicht automatisch von der App erkannt. Das heißt, ich muss hier wirklich extern eine Datei hochladen, also habe bei dir am Laptop, wo auch immer, das Bild gespeichert, welches du von der Perspektive her ändern möchtest. Gehst hier einfach auf Choose File und wählst natürlich dann das Bild aus, gehst auf Öffnen und schon landet das Bild hier in der Bearbeiteroberfläche. Und jetzt kannst du mit deiner gedrückten linken Maustaste hier wirklich einfach die Perspektive von diesem Bild abändern. Ja, also zum Beispiel in die Richtung und du kannst hier sogar noch weiter rein, weiter raus zoomen. Wenn du sagst, das Ganze passt dir so, dann gehst du hier einfach auf Add to Design und dann landet dieses Bild hier wirklich in deiner Designoberfläche. Ich schmeiße jetzt natürlich hier im Hintergrund das andere Bild raus, das brauchen wir nicht mehr. Und schon habe ich hier das Bild eingefügt. Und für meine Thumbnail zum Beispiel, siehst du, habe ich hier wirklich auch mit Schwarz gearbeitet. Mein Screenshot hat ja hier einen schwarzen Hintergrund. Und das kann ich natürlich hier mit der Hintergrundfarbe noch ändern, färbe das Ganze in Schwarz ein. Und schon habe ich hier wirklich ein richtig geniales Design erstellt. Pack noch ein bisschen Schrift drauf und kann es so natürlich dann auch als YouTube Thumbnail zum Beispiel verwenden. Schau dir jetzt gerne dieses Video an, denn da verrate ich dir eine geniale neue Canva-App, mit der du ganz eigene Foto-Rahmen für deine Fotos bzw. Bilder erstellen kannst. Und jetzt bist natürlich du an der Reihe. Probier diese neuen Apps gerne aus. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von den neuen Apps hältst. Und ich hoffe natürlich, wir hören und sehen uns nächsten Montag. Und du vergisst nicht, ein Abo da zu lassen und gleich die Glocke zu aktivieren, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Bis dahin, ganz viel Spaß bei deinem Canva-Design.